Jetzt testen wir die Raketen aus dem Fire Fantasy Familiensortiment aus dem Lidl. Vier verschiedene sind es. Wir fangen mit den beiden Schüttraketen an. Die Cryptic Rakete. Die Glitter Ring. A Color Burst. Die Big Burst. Die Glitter Ring. Die Glitter Ring. Die Glitter Ring. Die Glitter Ring. Die Glitter Ring.